so ich habe jetzt als ziel habe ich mal mcdonalds eingegeben da werde ich dann mal kaffee trinken so wollen wir mal gucken wie gut ich die sprache verstehen kann mit helm auf guter trick ich habe das lenkrad schloss noch verriegelt kann man natürlich nicht so gut fahren ja also bei sonne ist es ein bisschen schlecht zu sehen ich kann es zwar sehen, aber es ist ziemlich blass da musste ich mir noch so eine sonnenblende basteln hier rein da wollen wir mal frei lassen also ich werde vorher aber noch mal zu den windows kaufen, das fährt wieder gut und da muss ich auch so sagen das schöne an dem schwanhals ist, man kann das drehen und knicken, alles kann man auf den besten winkel wegen der sonne rausfinden so hier soll ich jetzt rechts abbiegen werde ich auf einmal links abbiegen, weil ich dann zur tanke will in der stadt fahre ich immer so im fünften gang damit ich nicht aus Versehen zu schnell fahre. Außerdem dreht der Motor dann nicht so furchtbar niedrig. Man ist auch spritfreudiger. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier geht's auf die A-Mail. Jetzt gleich nochmal. Jetzt geht's wieder gut. Jetzt geht's wieder gut aus. Jetzt geht's wieder gut aus. Jetzt geht's wieder gut aus Jetzt geht's weiter, das gibt es sehr gut aus. Erst, so starten. Jetzt geht's wieder gut aus. Hier ist wieder gut aus. Vielen Dank.